Chilli TV Das Internet-TV für Künstler, Kunst und Musik Chilli TV Das Internet-TV für Künstler, Kunst und Musik Chilli TV Ja, hoi miteinander. Es freut mich, für jeden, der hier zuschaut Ich darf euch das neue Chilli TV präsentieren Ich bin hier in den letzten Vorbereitungen und bin bereits schon bei Künstlern im Atelier gewesen und habe Ausstellungen fotografiert etc. Und die Künstler tun ich dann natürlich auch zu mir ins Studio einladen und live interviewen und wir können dann auch Beiträge und Musik etc. geniessen von diesen Künstlern Die erste Sendung werde ich mit Bobby Moore machen Kunstmaler und Musiker Ein Urgestein von St. Gallen Und ja, ich gebe euch da gerade mal einen ersten Vorgeschmack Ich bin eben besuchen im Atelier und da einen kleinen Ausschnitt von dem Besuch und dann hoffe ich, bei einem zweiten Jingle werde ich euch bekannt geben können wenn die Live Sendung stattfindet und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann zuschaut und jetzt zeige ich euch, wo ich da noch her bin und wo ich den Bobby dabei besuche viel Spess So, wir laufen jetzt hier zum Atelier von Bobby Moore das heisst Chaos Art Wir kommen rein ins Atelier von Bobby Ja hoi Bobby Hallo Hygrometer suche Hygrometer Hygrometer 50 wäre noch besser für das Quartier Für uns Menschen 540 übrigens Aber 50 ist super Ja, das ist doch cool Ja Bobby Was wolltest du dazu sagen? Zu deinem Atelier Ja, es ist super, gefällt mir Leben mit Traum Mehr muss ich nicht dazu sagen Ja gut Bobby, willst du noch etwas sagen? Du hast an deinem nächsten eine Ausstellung Genau, am 10. und 11. Oktober 2020 Das Datum, wo alle verraten wollen wahrscheinlich Ist da im Rahmen von 5 Stern offenen Künstleratelier St. Gallen Bei mir offen von 11. bis 16. am Abend Was es gibt, ist Lautgedichte von mir natürlich und vielleicht ein bisschen Klaviermusik und vielleicht auch Livepainting Mal schauen, wie gibt es auf jeden Fall viel weisse und viel roter Ja, das ist ja wunderbar Ok, also Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit der Ausstellung und Action Und ja, hoffentlich bis bald dann auch bei mir und studiere Genau Tschau Bobby Das war das vor dem ersten Mal und ich hoffe euch hat es interessiert und ich darf euch bald als Zuschauer begrüssen Auf jeden Fall noch einen schönen Abend und viel Spass Tschau zäme